Also wir sind hier am Campus in Stuttgart, wo die Büros von Dresden und Sommer sind, bauen uns hier gerade selber unser eigenes neues Büro. Was da besonders innovativ war, war das TGA-Modul, wo man nicht nur in der Planung, da sind wir schon lang so weit, dass wir gleiche Bereiche auch gleich behandeln, sondern das Ganze auch ein Stück weiter gedacht mit den Kollegen vom Baumanagement und das Ganze auch auf die Baustelle gebracht haben und vorfertigen lassen. Das zeige ich Ihnen jetzt mal. So und hier liegt jetzt unser TGA-Modul. So kommt es vom LKW, wird hier reingebracht. Hier haben wir eigentlich alle relevanten Gewerke von uns vereinigt. Wir haben eine Elektro-Trasse drauf, wo die Kabel nachher drauf liegen. Wir haben die Verteilung von der Heizung und Kälte, damit der Raum ordentlich temperiert ist. Und wir haben den Lüftungskanal in der Mitte für die Frischluftzufuhr. Und im nächsten Schritt wird genau das Modul jetzt an die Decke gehängt und das zeige ich Ihnen ein Stockwerk weiter oben. So, hier sind wir jetzt einen Schritt weiter. Die ersten Module hängen schon an der Decke, die zweiten werden gerade montiert. Und da sieht man auch den riesen Mehrwert. Für die Spange bräuchten wir jetzt üblicherweise vermutlich so eine halbe Woche bis Woche. Und die Kollegen, weil alles schon vorgefertigt ist, haben das in einer halben Stunde an der Decke. Und das Besondere für mich ist an der Stelle jetzt einfach, dass man die Ideen, die man sich irgendwie überlegt, mit diesen gleichen Bereichen und das planerisch ausarbeitet. Und jetzt hängt es hier auf der Baustelle. Und das ist für mich was Besonderes. Danke. Tschö! Tschö!